Endlich, Alter. Habe ich sein Eisenschwert? Boah! Alter, das war Knach. Hallo, liebe Zuschauer! Und seid herzlich willkommen zu einem Ründchen Survival Games auf dem Hivemc.com-Server. Und das ganz ruhig und gechillt. Ich wurde auch nicht davor schon in den vier Runden davor von einem Hacker gekillt. Nein, nein. Also ich muss mich sicher nicht aufregen jetzt. Und ja, ich versuche euch eine schöne Runde zu machen hier. Und die ist am SG-6 mal wieder hier im Start. Oh. Alter, wie ich gar nicht... Nein, du hast kein Schwert. Hast du ein Schwert oder hast du keins? Das wäre gut zu wissen. Ich habe auf alle Fälle eins. Ja, Mann! Oh, da ist schon jemand. Direkt. Oh, nein. Der schaut schon wieder so. Oh, da ist ein Turnaround und noch einer. Und der hat mich schön bekommen. Und das. Und das. Und das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich sag's euch, Leute. Aber solange sie keine Angel haben, bin ich ihnen im Vorteil. Ja, Mann. Alter. Ich war schon fast down, Junge. So, da kommt er auch schon, unser Friend. Unser Friend. Alter, Junge, wie der Leg. Wie sch... Yo. Und jetzt zum Teammate zurück. Yo. Läuft bei dir. Und bei deinem Teammate genauso. Der Erster ist down. Und Teammate ist auch so gut wie down. Du hältst doch nix mehr aus. Ey. Alter. What? Von hinten kommt einer, der mich abstauben will. Das haben wir ja wieder gern. Du hältst einfach mal den Teammate. Dem Typen, der teamt. Ich weiß, ich sollte eigentlich auf den anderen gehen, aber der hier... Hat mich jetzt leider abgelenkt. Und jetzt verfolgen wir halt mal den. So. Und Angler, der nicht trifft. So. Alter. Junge. Und Hit. Hit, hit, hit. So. Aber wir haben auf alle Fälle alle Leute schön auseinandergenommen, aber dann kommt auf einmal von hinten der eine Typ. Von hinten wollte... Oh, hi. Oh, da haben wir noch ein Team. Wer bist du? Einer vom Team? Jo. Boah, alter. Der gibt einen im Jahr richtig schaden. Alter, was macht der Typ? Ja, ich will, dass du mich verfolgst, weil ich dich dann ins Feuer bringe. Ha, 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 ha. Junge, alter. Was ist bei dem verkehrt? Jo. Der muss doch sterben. Ja. Endlich, alter. Habe ich sein Eisenschwert? Boah. Alter, das war knapp. Wow. Und es lebt noch einer. Shit. Shit. No. Ich will ihn abstorben. Ja, ja. Ich team doch nicht, Junge. Ich team nicht mit dir. Ich teame nicht mit dir. Ich teame mit keinem hier. Wollte er mich ins Spinnnetze bekommen. So ein Schlawiner also. Jo, Junge. Alter, die ich nicht kriegen kann. Die ich nicht treffe. Ähm. Es reicht. Alter, leck ich so oder leck die so? Ja. Sehr schön. Ach, wir können uns noch ein Feuerzeug machen. Boah. Das war knapp. Hi. Tut mir leid. Musste sein. Du bist ein kleiner Noob. Ja, ja, ja. GG. Wie das so viele Kills gemacht? Keine Ahnung, wie viele. 5, 6, irgend sowas. Und. Jo. Das war's dann für diese Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Äh, äh. Ach genau, mein Deutschland-Outfit wollte ich euch noch zeigen. schwarz-rot-gold für die WM. Jo, jo, jo. Auch wenn ein Schwammkopf drauf ja, irgendwie die deutsche Mannschaft repräsentieren soll, weil sie halt, naja, nicht immer die alle schlausten sind. Und dann sag ich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.